Hallo und Herzlich Willkommen zu meinem neuen Bullet Run Let's Play 2, ich hoffe man versteht meine Stimme, ich habe dann ein paar Einstellungen getroffen und meine Ausrüstung ist immer noch dieselbe, meine Pistole ist ein erweitertes Magazin und Laserpointer und hier ist ein Rotpunkt Visier, Red Dot und ein Laserpointer und halt dieses Grafite E-Zeug. Gut, wir machen ein schnelles Spiel und zwar, ähm, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden, Dominion oder Team, na, jetzt habe ich da schon drauf geklickt, naja, Dominion macht auch Spaß. Match gefunden, macht die bereit, okay, ab geht's. Server is already, äh, komm, warum, ach. Sagt mir, ja, es ist bereit, ihr habt einen Server gefunden, aber dieses Server, denkst du, ist so scheiße, naja, gut. Ich hoffe, ihr schreibt diesmal auch ein paar Kommentare. Ah, jetzt geht's auch. Uh, tolle Bilder. Oh, zwei Desert Hots. Oh, und los geht's auch schon. Gut, ich hoffe mal, dieses Match wird auch so gut, aber ich kann's nicht versprechen. Halt erstmal Moves machen, weil das gibt jetzt schon am Anfang schon Punkte. Und, ja, dann legst du schon wieder cool, ne. Oh, da ist einer. So, den haben wir. Ja. Okay, das bringt uns jetzt nichts mehr. Ja, ja. Oh. Scheiße, das war dem nicht. Ich dachte nicht, dass das ein Feind ist. Ja, genau. Rang 39, Superstar. Ich möchte jetzt zurück in die Show. Danke. Ja, die laufen jetzt schon in unser... Ey, so Leute hasse ich ja, ne. Das ist so ein Pedo, der will mich bestimmt anfassen. Wah. Kommt irgendwie cool. Lelelele. Äh, nein, falsch. Hier. Da. Medi. Stimmt. Gut, jetzt nehmen wir mal die Zeugel. Pistole. 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 Ich hab jetzt einfach so mal bekommen. Ich höre etwas. Two minutes until halftime. Serious need to make it count. Ich hoffe, meine Granate erwischt sie noch. Ja, nur so ein bisschen. Ah ja. Immerhin. Ich glaube, ich muss jetzt nicht ein bisschen mehr anstrengen. Ab geht's. Was ist das? So, den haben wir. Ja. Leben hinzufügen. Komisches Ding hierfür. Oh yeah, ich bin cool. Oh, der Typ hat sogar das Spiel verlassen. Ich glaube, das war nämlich der. Ah ja. Eben seine Chance. Wow, die hatte ne Gatling. Die hatte ne Gatling. Oh, der hat ja gerade geworfen. Aufstreben ist da und trifft mich fast gar nicht. Naja, das ist ein... Ja. Ihr Toter. Knechtes Halbzeit. Los geht's. Lauf, 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 lauf. Was hat ein Team got to do, to win this? They have to keep pushing. Never stop attacking. Never stop attacking. Aha. So, aber jetzt hab ich mein Teil dahing gesetzt und jetzt so... Na, Teil. Dort ist doch dieser Heat-Speicher. Da werden dann gesammelten, ja, Punkte halt hinverlegt. Schreiben wie immer... Hallo. So, so much pressure on the Polaris team. They'll have to keep the scores rolling. Halt. Oh, yeah. I'm so awesome. I'm so awesome. Got to be careful in those tight tunnels. Yeah. A loose grenade can really ruin your day in there. That's how you do it. Oh, aufstehen. So. Perfekt. Oh, yeah. Ich bin so. Geil. Lauf mal, du Scheiss. Man sieht ja krank aus. Alle Männer kann mal ran sterben. Mal gucken. Oh. We've got end to end action Polaris in almost match series score Two more points and they win the game Jetzt, er stirbt doch, danke Schöne Waffen An SMG in this arena is a good way to make friends Ui, boop, und ich flieg erstmal in der Runde Zweiter erst, naja Die anderen sind ja irgendwie voll die Ultra-Pros Ah, ich mag meinen MP5 MP5 Das hört sich nicht gut an Wup 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 Okay, die MP5 ist echt geil So, ich hatte sie ja ohne irgendwelche Accessoires ok er hat ja diese komische ak er jetzt nicht mehr rennen du komischer aus ja wir rennen da alle hinzu derben eigentlich müsstest du immer schon von hinten kommen die balle mich ja nie da naja mich holt eh erstmal so schnell keiner mehr ein auch die polaris turn is done they still have some work to do it the players tonight are dressed to kill sure are but there are still some players who need to freshen up their style So, erstmal cooler Move. Oh, ich stehe eigentlich sehr offen. Haha, ich stehe offen für alles. Ach, das ist zwei da oben. Ich habe den eigentlich nicht bekommen. Oh, ich bin erster, cool. Der eigentlich stirbt ja auch alles. Kann sein, dass ich irgendwie gut in diesem Spiel bin. Naja. Wir laufen jetzt erstmal diesen Kürbiskopf hier hinterher. Im wahrsten Sinne des Wortes. Den Typen haben wir. Oh, yeah. Scheiße, zwar verloren, aber... Oh, let's tackle Frost. Und... Okay. Okay. Ja, cool. Gut, das war mein Display. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert vielleicht auch mal. Dann, ciao.